Sofie, Melanie, hey! Leute? Hey. Hey. Hallo, Elli. Ach, ist ja schön, dass ihr mich diesmal nicht komplett ignoriert. Ach ja, wir waren beschäftigt. Hm, genau. Mit was, wenn ich fragen darf? Ich meine, das sah ja unglaublich wichtig aus. Go. Pokémon Go. Und ich hatte fast ein Glumanda. Und dann hatte ich wegen meiner doofen Internetflit kein Internet mehr. Aber ich habe es gefangen. Deswegen waren wir ja gestern noch so beschäftigt. Interessant. Und macht es wenigstens Spaß? Und weh. Da hinten ist ja ein Relaxo. Komm, schnappen wir uns. Komm, schnappen wir uns. Ich schnapp dich. Komm, schnappen. Komm. Immer wieder. Komm. 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 und macht Spaß und wie ich bin jetzt Level 3 und ich muss noch Pikachu fangen und dann darf ich endlich auch in die Arena Level 3 und du denkst du wärst was komm erst mal auf mein Niveau und dann reden wir weiter aber ich mein in Level 3 muss man auch erst mal kommen und jetzt heul nicht so rum streng dich halt mehr an Ellie aber komm lass gehen es wird mir echt zu blöd hier kann ich vielleicht nur mitkommen mach wie du willst also komm ruhig mit wenn du willst aber na dann ja viel Spaß ich hab eh noch was vor sorry alles ok bei dir? ja alles gut dumme Frage aber du kennst den Weg zur Städtischen Leibbibliothek weil ich bin neu und irgendwie ich hab gehört da soll es coole Computerspiele geben Pokémon und so also vielleicht ist das ja was für dich bis jetzt Untertitelung des ZDF, 2020